Oder du hättest einfach einen Mund zeichnen können und da irgendwie so schwarze Löcher drauf. Das sah aus wie ein Telefon. Ja, ich dachte auch. Oh je, Bissart, was kommt jetzt? Aus. Was? 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 Ach lol. Einfach. Ah. Ihr Buchstaben ist nicht so schwer. Einfach. Hast du einfach mal Auge reingeschrieben. Schon ist man auf Platz 7. Ich bin Platz 5. Ich bin auf Platz 7. Jason, wo ich später dazukam, hat Max schon gebraucht. Weiße. Oh oh. Das war ja lustig. Immer wenn sich jemand beschwert ist witzig. Ja, zum Teil ist echt beschissene Wörter dabei. Teilweise, ja. So Glück hat man zur Auswahl. Und was? War's das jetzt? Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Was? Gut. Laufen passt doch da gar nicht rein. Ach Gehen. Gehen. Gehenne. Alter, ich war die ganze Zeit beim Laufen. Moment, Laufen passt da nicht rein. Und dann war ich beim Rennen. Moment, Rennen passt da auch nicht rein. Gut gezeichnet. Ja. Das hatten wir glaube ich schon mal beim letzten Mal, wo wir's gespielt hatten. HNld hast du En previst EOません, dass alles das只是 für die auf jeden Fall nicht gelungen hat. Wasch Machschine! Die Maschschine! Die Maschschine! Ich kenne, ich glaube ich habe sehr viel mit der Mund zu tun. Prozent das okay alter Janik hat schon für mich schon 500 Punkt im voraus Leco Mio jetzt leckt es bei mir wieder immer so wenn ich dran bin was ist das da ist kein Handy habe ich aus dem Handy wie oh Leute was ist das was ist das ich kann einfach nicht zeichnen mit dem Ding daumen runter nicht schreiben ach Gott wie schreibt man das mit TZ hinten Matratze ich hätte zurück zur Schule also ich hätte hinten ohne TZ geschrieben ja hast du auch das war nicht richtig halt mal den TZ hinten Matratze war gut gezeichnet sobald man nicht drauf gekommen ist was ist das denn was ist das 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 absperrung ach das ist ein okay das ist ein schwarzer was ist das 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 du denn Eishockey 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 wenn ich unter Stress bin dann fange ich an alles falsch zu schreien Eishockey 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 ist es mit ur oder mit zeit keine ahnung das ist wortwörtlich so auf dem Bild, weil das erste Bild hast du nicht mehr kennst Was? Bits halt Oh lol Sag's keiner, weil ich hatte 3 behinderte Worte zu Hause Fuck Bei mir war Eishockey auch noch das kleinere Übel Ah sooo! Das ist scheiße ey Da ist viele Kartoffe dran Ah fuck Ah ist egal Kommt wieder ein grauer Mond Inquadratisch Hä? Oh je Er nimmt natürlich das schwerste Wort Das wo am behindertsten Gefühl zum Zeichen ist Haha, falsch geschrieben Kann man echt nicht so viel besser was zeichnen? Weil eigentlich schon Hä? Hä? Ich hab' in der Taske gleich der Antwort Das wär's Lautscht Lautscht Ohhhh 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 Ich hab's dir gerade am Ende noch gedacht aber da war die Zeit schon rum Ohhhh Ohhhh Also das muss man wohl dabei schreiben Wer hat gezeichnet? Oh lol was ist das für ein Wort? Ich hab' gezeichnet Mhm Warum er hat das so einen geraden Strich hingekriegt? Pfff 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 Wizard Pfff Watt Pfff Pff 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 Ja genau That's has to be as letze mal Leute Pff Es ist vorbei Pff Boah ACH LOL Ähm Mh? Ach Gott. Das ist aber ne ungewöhnliche Form von dem Ding. Also einen, den man sich ganz so oft sieht. Doch, die haben wir alle bei uns. Ok. Ich kenn den ja anders. Ah! Ah! Scheiße! Hab ich falsch gesehen? Wer hat's euch Kasten? Oh Gott! Das ist ein Koffer, das ist kein Kasten! Das hatte ich auch immer. Was denn nicht? Ah! Handwerksherzeugekopf! Handwerksherzeugekopf! Echt! Ein Kastenweißkopf! Was ist das denn jetzt? So ne? Was? Ja! Ah! Hätte ich mich nicht verstehen. Ganz einfach. Mann, Jason. Ja, genau. Das war richtig. Doch, gay. Das ist dein Transportfieber oder das Passwort? Moment, ich kopier mir das mal. Jetzt können sie mir das auch sagen. Das heißt, Transportfieber... Hätte, du bist mit Gefangener eigentlich nicht schlecht. Ich hab's eigentlich schon reingeschrieben. Ich bin vierter? Ich bin siebter. Ich bin siebter. Ich bin noch eins. Ach gut, wir haben ja noch drei Runden. Vanessa? Achso. Was? Ja, Urlaub. Der passt da oben rein! Gut. Was? Fußspuren. Fuck, wir schreiben... Ja. Das ist gut gezeichnet. Gut gezeichnet. Vanessa ist gut gezeichnet. Krieg den Daumen nach oben. Ah! Hö, mit Z-trim? Hö, mit Z-trim? Hö, mit Z-trim? Gut gezeichnet. Nein! Überhaupt nicht! Nein, das ist ganz schlecht gezeichnet! Was? Das ist nicht schlecht gezeichnet! Das ist total geil! Mann, oh! Natürlich ist das schlecht gezeichnet! Warte, mach weiter! Wie die Niner bei euch aussehen, aber bei uns sehen die nicht so aus. Oh Gott, Breze! Ich weiß nicht, wie die Ringe bei euch aussehen, aber bei uns sehen die nicht so aus. Keine Ahnung, wo ist das scheiße? Bei uns sind Grätschen, die sich keine Acht. Jason so, mit Z? Ja, was? Ich dachte irgendwie an der Ringe oder an der Kette oder so. Ich bin auch ein bisschen draufgekommen. Was war das? Kinnengesicht. Was ist das denn? Ich kann mit der Maus überhaupt nichts zeichnen. Oh mein Gott. Scheiße, ey. Okay. Nee, hö? Zeit hoch. Andersrum. So hat der eine keine Hände? Zeit hoch. Zeit hoch. Der hat aufhände. Komm schon. Was ist das denn? I. Ja, Brautpaar mit I und H. Warum weiß das nur, wieso weiß das nur Vanessa? Hallo. Oh mein Gott. Das war doch gut. Das war doch gut. Das lag auf der Hand. Auf der Hand? Das lag auf der Hand. Oh, jetzt kommt random. Oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je. Ich glaube, der Strich ist ein bisschen zu lang geraten. Was zum Teufel. LoL. Mein Kampfspiel lauter euch. Echt jetzt? Okay. Hat spätst du einen Klick gemacht. Das ist... Ja, okay. Äh, ey, sie kennt Minecraft nicht. Ich kennt Minecraft nicht. Ich wollte schon Diamantenspielzeuge schreiben, aber das hätte sie sich nicht ausgegangen. Also jetzt habe ich eigentlich gesagt, Lisa. Ja. Ich dachte, wir wären schon durch. Oh mein Gott. Grau hätte es echt sein können. Bin zu dumm. Oh, das ist es. Oh, schießen. Ja. Wait. Das sieht nicht so gut aus. Egal. What? Was? Oh, lol. Wie schreibt man das? Wie sch... Achso. Nein, nein. Es ist keine Perücke. Okay. Und außerdem schreibt man, es wäre dann Perücke. Der Pfff. Der Pfff. Der Pfff. Der Pfff. Der Pfff. Der Pfff. Ich glaube, das hätte ich noch nicht einkommen. Ich hab keine Ahnung, wie ich da zeichne. Tja. Mit Weiß zeichnen macht auch wenig Sinn. Warte mal, ich mach mal schwarz. Hintergrund, Hintergrund ist egal. Okay. Du darfst uns keine Tipps geben. Wie sieht denn das Ding aus? Was ist denn das? Okay. Wir haben eine weiße Melon. Was? Was ist denn da? Kommt da auch noch was? Ah, ich weiß nicht. Was ist das denn? Das liegt wirklich auf der Hand, ey. Das ist gut gezeichnet. Ach so, mag es schnell. Äh, er zeichnet schon wieder. Alles klar. Keine Ahnung. Hä? Was für eine Krücke. Ich hab, ich hatte nur... Was soll das sein? Ich hatte nur Schrott zur Auswahl. Das war wirklich noch das Einzige, wo ich mir noch was darunter vorstellen kann. Aber ganz ehrlich, wenn ich das heute nicht ins Essen gekocht hätte, dann wüsste ich nicht was darunter. Ich hab keine Ahnung, wie das Ding aussieht. Na! Er hat... Oh, Leute... Er hat... Ein bisschen zu rund. Echt? Ja? Ja, ich glaub schon. Nee, alles geht. Ja, ja man muss erst auf den Gedanken kommen, was in die Richtung ist. Ich hatte noch Pegasus und Hürde. Ja, aber wie zeichnest du das auch? Jetzt hab ich erst mal ein Like gegeben, ja, Wizard hast ein Like. Oh lol. Dreckchen? Ne. Ich such 3D zu zeichnen. Hä? Was? 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 Echte? Okay, ist zu. Aha, das hatten wir schonmal, die Dinger sind eigentlich anders warrig, als bei uns sind sie rot war, rot-blau. Genau. Rot-blau? Aber wir hatten das Thema schonmal, dass sie bei anderen scheinen, was tatsächlich in den Farben sind. Ach lol. Wie freut man das? Ach lol. Die besten überhaupt. Geht doch. Ja, genau. Da hab ich sie auch mal drauf geschrieben. Mit I, ey. Radiogummi. Und zweifel Radizofummel. Äh. Kommt mal nach Frage. Allein hab nix geschrieben. What? Was? Was? Oh Gott. Oh Gott, ist das schlecht verzeichnet. Ist echt nicht so gut. Was? Was? Was ist das? Leute, vier Buchstaben, dritter Buchstabe ist ein L. Oben vier grün, unten braun. Jetzt steht das schon A, ey. Ach lol. Scheiße, ey. Da hoffst du erst mal zu kommen. Alal. Alal. Quatsch. Das ist zusammen. Blau. Echt. Hahahaha. Hahahaha. Oh Manni. Mano. Hahahaha. 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 Aber davon ist jetzt dran. Okay. Jetzt wollen wir was leisten. Es ist gut gezeichnet. Es ist langes Wort. Hahahaha. 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 Ähm. Nein. Ja, ist easy. Ist gut gemacht. Sehr gut gemacht. Hä? Ah, okay. Das ist es. Das ist vorbei. Also, ich kann nicht so schnell tippen. Hahahaha. Ja, das musst du üben, Scheißen. Nein. Alter, ich hab zum Tritt platziert über 1.000 Punkte. Aber du sehst ja das überhaupt. Links. Links. Die nächste. Ach da. Ich beschimpfte. Ich bin so schlecht. Naja, Scheißen ist noch hinter dir. Aber auch nur, weil er nachher angefangen hat. Hahahaha. Hahahaha. Ja, stimmt. Das ist ein neues Wort da. Was ist das denn? Was ist das denn? Hahahaha. Sonst gibt's nicht. Hm? Schon wieder? Ne, hä? Nicht schreiben! Nicht schreiben! Nein, das hat ja nichts damit zu tun. Ich brauch nur den Namen, weil ich das so nicht weiß, wie ich das zeichnen soll. Warte. Google. Was? Ja, das kann man definitiv ganz anders zeichnen. Was? Aber ist was für Informatiker, sonst kommt man nicht drauf. Ja, boah. Ich bin wirklich ein Informatiker. Wie man das deutlich besser gezeichnet bekommt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es geht um die Gesamtheit aller Dinge. Was bilden die zusammen? Was bilden die zusammen? Keine Ahnung. Was bilden die? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh Gott. Oh Gott. Aachen geht es um die nicht weg! Nein, als ob er gar nicht angegeben hat. Komm, schreib sie irgendwie ... Schreib sie irgendwie. Ach, schade. er schreibt mit sprachsteuerung schildkröte nein schildkröte schildkröte was ist das denn jetzt schon wieder schon wieder ein bett was gibt es noch ein anderes wort hier das ist so easy ja aber schlafen und alles ist ich habe keine ahnung um einen alle auch gar nicht mehr die Hälfte ein Buchstaben zu viel Juli ein Buchstaben zu viel auch nur Prozent auch auf war auch nicht sind er denkt und schlafen aber nicht am schlafen Okay, Florian. Wisst ihr nicht, wie ich das Pisse zeichnen soll? Außer vielleicht schöner. What? Kaum kommt, das macht die Scheiße, die Läumchen weiter. Okay, das war gut. Kann kein Läumchen mehr geben. Was, Juli? Nico ist im Chat? Ciao, Nico. Diamant? Was? Ja. Ne, hö? Lol. Hä? Pfff, mit I? Ein spezifischer Name für die... Mit U? Ah, ich bin immer, glaube ich, rund und nicht wie ein Diamant geformt. Ah, das wusste ich nicht. Aber ich dachte, so könnte man drauf kommen. Und das haben ja auch einige geschafft. Was? Bis auf Juli. Die Farbe wäre jetzt aber definitiv nicht die Form. Die Däger ist gut oder normal. Ja, die Form kann irgendwie sein. Ja, aber mit dir Angst haben wir noch nie ein Rubin gesehen. Das könnte ja auch gut sein. Ja, Nico, wie soll ich die Kartoffel denn zeichnen? Ich auf dem Zehn drauf. Das ist love. Alles klar. Was kommt denn jetzt? Was ist das? Dick. Oh. Oh no. Was ist das? Das ist eigentlich relativ gut gezeichnet. Man hätte auch einen Staubsauger zeichnen können. Einen Staubsauger? What? Oh, was? Oh, Mann. Ich habe keine Ahnung mit O. Man hätte ja auch einen Staubsauger zeichnen können. Werf mal den Namen dazu von dem Land. Welches Land? Ein Kobold. 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 Das ist wieder ein Brezl, oder? Ein Kobold. Ein Kobold. Ein Kobold. Ich habe noch an dritter Stelle gedreht. An vierter Stelle war ich nur... Was? Dritter. Was? Was? Ich bin Fünfter. Jetzt muss ich anstrengen, sonst hast du mich dann gleich wieder eingeholt. Scheiße, du hast mich überholt! Oh, du bist ja vor mir mittlerweile. Ach so. Nicht mehr lange. Wait. Hä? Das ist wahrscheinlich wieder Knoblauch. Das ist die Knoblauch. Bei mir, woher, bei mir nicht viel Buchstaben. Ja, das sehe ich. Was ist das denn? Was ist das denn? Mit Ü? Mit Ü? Ach lol. Ach, oh Gott. Oh Gott. Was? Da einfach drauf. Oh Gott. Was ist das jetzt, Magnet? Was ist das denn jetzt? Okay, okay, ja. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Immerhin noch voll random fertig gewesen. Wir haben doch ne Runde, gell? Ja. Und Müll ist auch schwierig. Aber herman, leider. Wahrscheinlich ist es ... Das war's jetzt, oder? Ja, nee. Schimmel. Das ist Lasagne Mahlzeit Ah Was Ein Zehner Warum zeigt es auf den Rand Ja, ist gut gezeichnet Ja, das ist gut Okay, ja, ja Die Linien auf der Karte sind falsch rum Ja gut, von mir aus Ich habe keine Teile vor mir wieder aussehen Ich weiß nicht mehr Das komische war, dass der Pfeil auf den Rand von dem Geldschein geht Das hat mich verrückt Nee, Yoshi, auch falsch Ich bin wieder vorschessen, so gehört es sich Boah, ich bin immer noch knapp hinter der Wizard Aber ganz knapp Kopf in Kopf, Ben Und alle Yoshi 15 Punkte So Ich kann keine Was ist Was Alter, das ist mega schwer zu zeichnen mit der Scheißmaus hier Das ist mega schwer zu zeichnen mit der Scheißmaus hier Eigentlich Aber es ist nicht so gut gezeichnet Ja, ich weiß nicht Das Ding ist nicht zackig Ja, ich kann keine runden Sachen mit der Scheißmaus hier Das ist gerade Ach du Scheiße Jetzt haben wir auch 300 Punkte Vorsprung vor Random Das ist auch was für die Minecraftler Broder Ja, ich weiß nicht Ja, ich weiß nicht Ich geh zu Ach Scheiße Ja, man kann draufkommen Ich weiß nicht Wie Ende Porta Boah 100 Punkte Punkte Unterschied Ey, shit Scheiße Falsches Portal Was ist dein Portal? Ich hätte, ich hätte glaube ich lieber ein Nessar Portal schreiben sollen Vanessa? Was? Aha Nessar Portal? Holze. Schon wieder? Nein, aber ähnlich. Fast. Ach lol, wir hatten Korb und Sia. Boah. Achja Jason, Nico fragt dich ob du noch niemals in deinem Leben gesehen hast. Wie bitte? 80 Punkte. Nico fragt dich ob du noch niemals in deinem Leben gesehen hast. Ich hab halt kein Feld zuhause. Ich kenn meist nur diesen ganz kleinen gelben Würfeln. Ich hätte so ne Dose zeichnen sollen. Halt. Aber das ist auch scheiße, weil ich nicht so... Rot? Noch mehr Rot? Wait. Hä? 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 Nein. Ne, hä? Feuer passt auch nicht. Hä? Ah! Holz, 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 Holz! Was ist das? Hä? Hä? Ne, 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 ne. Ich verrat's nicht. Ah, ich weiß, ich weiß. Hä? Oh. Drei Wust-Stamen. Mit... vier. Mit... l-u? Hä? Clou? Let's klar. Sooo. What? Was ist das? Das ist echt scheiße. Was ist das? Was ist das? Ja, aber wie will man das auch besser zeichnen? Ja, ja, ich meine... Ich hab keine Ahnung. Oh mein... 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 Ähm... Wenn ich einmal Scheiße baue, könntest du noch abziehen. Hm. Es kann ganz... Also 300 Punkte kann ganz schnell gehen, ne? Wenn du einmal als erster ratest und ich als letzter, dann... Oder gar nicht. Ich weiß ja nicht, wie viel wir noch haben. Wie viel ist in der Runde schon gezeigt worden? Ähm... Drei, also Vanny, Max und Random noch. Scheiße. Entschuldigung. Ähm... Dumpf. Du konntest aber schön gerade zeichnen. Ja... Erstmal gleich lassen, weil ich nicht weiß, was das ist. Nein! Was... Ist das denn? Was? Das ist es nicht? Ah! So scheiße bleibt das, okay. Na gut, das ist doof. Das ist doof gezeichnet. Ah! Eigentlich wäre es anders. Was? Darf ich das nochmal löschen? Was? Hier gibt es denn für ein Wort mit fünf Buchstaben, was da noch dazu passt? Was? Das ist so modern gezeichnet. Oh, wow. Das ist so müde. Das hat... Ach so... Das sind auch fünf Buchstaben. Ja, jetzt sage ich dir einmal. Oh nein. Das wird jetzt richtig mies. Ja gut, aber dafür kannst du jederzeit wieder aufrollen. Aber du hast nur ganz, ganz kleinen Vorschau. Ah! Sau. Oh! Das ist genau das. Sofort ist es alle. Sieht mal, wie sich die alle ab einmal stecken. Oh, random. Oh, shit! Erst mal ein Leicht, Kallersch. Könnte das sein. Du weißt, wenn das niemand errät. Ja, ist mir klar, aber ich weiß nicht, wie ich es besser darstellen soll. Oh, vielleicht hier noch ein bisschen gelb. Was? Jetzt check ich gar nichts. Okay, wie ist das Erste? Das ist kein Himmel. Ja, du hast es erkannt. Das ist auch keine Götterspeise. Auf Deutsch. Nein. War nicht zu weit, Luisa. Ja, hä? Hä? Das ist kein Himmel, weil das noch am Festland hängt. Oh mein Gott. Oh Gott. Das ist kein Himmel, das hat echt viel gelb. Oh, ich bin ein letzter. Ich wollte nur ein Impflebenszeichen und sag mir irgendwie zu vertreut mich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.